Einfach umflexen, den Typen. Wenn du die Abkürzung kennst, schreie ich. Ich kenne mich hier eigentlich bei mir aus. Ich hab das immer so gemacht. Einen dicken Golem einfach ignorieren, oder? Ja. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Ich hab das nicht. Wir müssen uns auf den Weg gehen.